Hi, heute sind wir hier bei unserem Girls' Day bei der Curenta und aktuell am Standort Leverkusen. Wir sind heute an allen drei Standorten mit einigen Mädels unterwegs, für den naturwissenschaftlichen und für den technischen Bereich. Heute in Leverkusen lernen die Mädels den Beruf der Chemikantin kennen und sind aktuell bei einem Rundgang gewesen, haben die Anlagentechnik begutachtet, das Multiplan Center und gleich nach der Mittagspause sind sie im Technikum und dürfen auch mal ein wenig selbst den Beruf der Chemikantin erfahren. Ja und am Ende des Tages dürfen die Mädels natürlich auch was mit nach Hause nehmen, das verrate ich aber noch nicht, was es ist, vielleicht seht ihr es ja noch. Und hier auch der Hinweis, nächstes Jahr findet auch nochmal der Girls' Day statt, vielleicht hast auch du Interesse zu uns bekommen und die Berufe kennenzulernen, wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.